Wir haben es noch mal 31,5 Punkte überstanden auf Deutschland. Das ist am Boden, auf jeden Fall auch zur Barriere. Ja, es wird noch mal richtig spacher mit drauf. Die Schweizerin kommen auch noch an den Boden. Der große Grenze Boden, das werden wir noch nicht gerade abholen. Obwohl die Deutschen wurden. Ja, gut durchgegangen am Boden. Da sind wir noch wirklich gespannt, was hier noch drin ist. Also selbst Schweizer B22, die hier in der Frankreich war, sehen wir weiterhin noch mit den nächsten Möglichkeiten. Das wird spannend. Und die nächste Trinode.